Wir haben aktuell zwei Kilometer Stau Richtung Deggendorf, die hat sich da in jedem Fall weiter auf dem Laufen. A93, Holledau Richtung Regensburg, zwischen Regensburg-Kopfmühlen und Regensburg-Prüfening, ebenfalls Stau, die Unfallstelle ist aber inzwischen geräumt, momentan dauert es noch zehn Minuten länger, Tendenz. Wird es euch noch gut, ihr Arschlinger? Ah, nein, 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 auf dem Fall in Richtung Nürnberg, immer noch zwischen Kirchheim und Aschheim-Ismaning, drei Kilometer Stau, dauert zwölf Minuten länger. Und dann läuft die Bundesstraße 307 nach Marquardstein-Kürsten, die ist in beiden Richtungen zwischen Marquardstein und Reiten jetzt wegen Überflutung gesperrt worden. Ich hoffe, dass da nicht noch mehr Straßen...